Hallo, ich bin's, der Deffi. Ich möchte jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, um ein gutes Wort für mich einzulegen. Macht ja sonst einfach keiner. Alter, hörst du mal bitte eben auf, ich muss eben zu Ende arbeiten, ja? Unglaublich, der Typ. Also ich verstehe ja nicht, warum ich so einen schlechten Ruf hab. Ich soll ja aufbrausend sein. Bin ich aufbrausend? Also ich bin noch nicht wirklich aufbrausend. Mein Gott! Es gibt denen gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Boah, rängst mich der Scheißstein auf! Ich bin noch ganz ruhig, lieb und nett. Was muss ich denn jede Scheiße erklären? Du soll ich da machen, du doof! Ich bin so ein super Typ. Ich kann kochen. Hast du Öl nach Hause? Ja, sicher hab ich Öl nach Hause. Warum hast du das ausgewählt, das Gericht? Ruth, bitte! Lass mich jetzt bitte in Ruhe, ich bekomme uns. Ich reise gerne, bin weltoffen. Boah, ich find den Eiffelton so scheiße. Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Ich hab tierisch viele Freunde. Vorsicht, Deffi! Ach du Scheiße! Ich bin handwerklich begabt. Sei ruhig und mach hin. Aber jetzt hab ich mir den verfickten Daumen geklemmt! Mit deinem Scheiß Steine zusammenschlagen, du blöde Sau! Ich hab mir den Fingern geklemmt! Und ich bin echt gut im Beet. Geh weg! Meine Hand zu haben. Ich bin eine Granate im Beet. Wie ihr seht, bin ich für jeden Spaß zu haben. Egal wie weh es manchmal tut. Boah Scheiße! Das kann nicht wahr sein. Ich kann mir diesen Rotz nicht merken. Warte mal. Also ich verstehe ja nicht, warum ich so einen schlechten Ruf habe. Ich soll aufbrausend sein? Bin ich aufbrausend? Ich bin doch gar nicht aufbrausend. So schwer kann es doch jetzt nicht sein, ey. Also ich verstehe ja nicht, warum ich so einen schlechten Ruf habe. Ich soll aufbrausend sein. Bin ich aufbrausend? Ich bin doch gar nicht aufbrausend.